Bei mir ist eine Strahlenfrau, die ehemalige erfolgreiche Skifahrerin Maria Walliser. Ich war selber eine lange Bewunderin von Ihnen. Wo stehen Sie heute? Oh, mitten im Leben. Eigentlich war ich immer am Strampeln, dass es im Leben vorwärts geht. Eine Skikarriere oder überhaupt eine Spitzensportkarriere ist nicht eine einfache Geschichte für ein junges Mädchen. Ich hatte das Glück, dass wir eine sehr erfolgreiche Schweizer Nationalmannschaft waren und dementsprechend auch berühmt wurden, in Anführungs- und Schlusszeichen. Und auch die Erfolge kamen. Aber danach hat sich mein Leben schlagartig verändert, mit Familien, mit Zusatzspezialitäten innerhalb der Familie. Heute versuche ich, gesund zu bleiben, ins höhe Alter zu kommen, mit Freundenkreise zu pflegen und immer ab und zu wieder etwas für mich mehr zu schenken. Was? Es kann eine Ausbildung sein, es kann eine Bergtour sein, es kann vorwiegend so etwas in der Natur sein. Also eine Erlebnis-Ebene ist schon noch wichtig. Sie strahlen immer noch sehr. Sie strahlen für mich auch sehr viel Glücklichkeit aus. Bezeichnen Sie sich als glückliche Frau? Ja, ich würde sagen, das Glück ist vielmals auch etwas von aussen gekommen. Klar, da habe ich etwas dazu beigetragen. Aber gerade mit meiner Familie durften wir immer wieder sehr glückliche Momente erleben. Und wenn ich in der Schweiz aufgehoben bin, darf man sich wirklich glücklich schätzen. Und was mich auch glücklich macht, ist natürlich meine Gesundheit oder meine Fitness. Dass ich jeden Tag aufstehen darf und es tut mir nichts weh. und es tut mir leid. Ja, was gibt es denn jetzt nicht? Schöne Hobbys, die glücklich machen. Alles und so etwas, was dazu kommt. Sie hatten viel Erfolg, Sie mussten aber auch schwierige Hürden überwinden. Ich meine, Spitzensport ist auch etwas, wo man immer eine grosse Challenge hat. Eine Verletzungsgefahr. Eine Verletzungsgefahr, genau. Und auch immer die Leistung heranbringen. Das ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, im öffentlichen Leben zu stehen. Vielleicht ist die schwierigste Hürde schon das mit Ihrer Tochter Siri, die mit offenem Rücken auf die Welt kam. Ja, vor allem zu einem Zeitpunkt im Leben, wo ich mich entscheiden musste, in dieser Glitzer-Glamour-Welt zu bleiben oder mich auf die Familie konzentrieren. Und was eben das Schöne daran war, dass man im Zusammenhang mit einem Baby, das ein Handicap hat oder die einfach verschiedene Schwierigkeiten auf einen zukommt, kommt man in einen ganz anderen Kreis von Menschen, die irgendwie auf einer ganz anderen sozialen Ebene zu Hause sind. Und das war für mich sehr schön. Also der Wechsel eigentlich. Es konnte ein Interview sein mit einem Magazin oder mit einer Fachzeitschrift. Und dann ging es nicht mehr darum, was ist die Zeit zum Morgen, wenn sie will, schnell den Berg runterfahren, sondern wie meistert sie die Schwierigkeiten im Alltag mit einem Kind, der mit einem offenen Rücken auf die Welt kam. Und auch mein Engagement war eben nicht mehr so, dass man überall eingeladen wird, zu Küppchen und feinem Essen, sondern dass man vielleicht Botschafterin wurde von einer Stiftung oder man hat sich eingesetzt für ein soes Kinderdorf oder man hat geschaut, dass die Kinder sich mehr bewegen, weil ich trotzdem ... Ja, wie soll ich sagen ... Trotzdem, dass die Siri sich nicht bewegen konnte, wie ich das gerne vielleicht mit ihr gemacht habe, konnte ich nicht verliegnen, dass ich halt ein Bewegungsmensch bin. Und darum habe ich mich auch engagiert, dass Kinder im Kindergartenalter genügend Bewegung haben, dass sie einen Purzelbaum machen können. Und da gibt es ja auch verschiedene Attraktionen und Stiftungen in der Schweiz. Und dort darf ich natürlich auch die Stiftung Vollsyrie begleiten, schon so viele Jahre. Mhm. Da haben Sie ganz viel gemacht, sehr, sehr engagiert, viel erreicht. Wenn wir noch einen Moment zurück schauen, was hat Ihnen am meisten Halt gegeben in der Betreuung eines Kindes, das so auf die Welt kommt, wo man quasi dann damit leben muss? Weil das braucht ständig Kraft. Genau. Ja. Es ist vor allem das Ausgleichen von den Energien. Und da bin ich auch sehr glücklich, dass ich gut aufgehoben war. Einerseits natürlich medizinisch, dass wir in der Schweiz so eine gute Versorgung haben. Aber andererseits natürlich auch mein privates Umfeld. Also ich habe meine Schwester, die als Hebamme gearbeitet hat, während meine Kinder auf die Welt kamen. Und sie hatte natürlich ganz, ganz viel Fachwissen und konnte mich gut unterstützen. Auch, wo die Prognose kam, war offener Rücken. Sie wusste das aus ihrer Ausbildung als Kinderkrankenschwester. Und meine allerbeste Freundin, die ist Naturheilpraktikerin, hat geschaut, dass wir, einerseits Siri, einerseits auch der Papa und die kleinen Schwester, aber auch ich natürlich, immer wieder so ausbalanciert waren in meinen Energien. weil es, wie Sie gesagt haben, schon viel Kraft kostet. Und ich glaube, das ist echt sehr, ähm ... Wie soll ich sagen? Ja, sehr entscheidend gewesen, dass wir so gut älter werden konnten. Dass meine Tochter jetzt so eine Selbstsicherheit eigentlich auch an den Tag legen darf. Und ich muss auch dazu sagen, wir haben auch sehr viel gemacht im energetischen Bereich mit der Siri. Sei das über Akupunkturmassage, dann auch mit Hämopathie und so weiter. Die ganzen Blasenschwierigkeiten haben wir probiert, eben auch zusätzlich natürliche Mittel zu verbessern. Also, dass das nicht so schwerwiegende Folgen hat. Und dass man auch wegkommt von diesen vielen Medikamenten, sprich Antibiotika. Weil ich habe natürlich auch sehr viel Vorwissen gehabt, im Zusammenhang mit dem Sport, was das alles für Folgen schäden kann, oder? Wenn man so sehr medikamentenabhängig ist. Sie engagieren sich jetzt ja, indem Sie Folsuri noch bekannter machen und sagen, dass Frauen das dann vor sie schwanger sind. Also mindestens drei Monate vorher, dann während der Schwangerschaft. Helfen Sie auch den Frauen oder den Familien, die trotzdem noch die Situation erleben, dass sie ein Kind auf die Welt bringen mit einem offenen Rücken? Willst du sie auch unterstützen? Also es ist nach wie vor so, dass sechs von zehn Frauen die Folsuri zwar nehmen, aber sie nehmen sie zu spät. Und das ist sicher einmal der erste Fokus, den wir haben auch auf unserer Homepage mit einem Film, dass man einfach weiss, dass man frühzeitig muss. Und da wir eine Stiftung sind, haben wir natürlich einen Stiftungszweck. Und für diesen bin ich wirklich zuständig. Weil ich natürlich Kontakte in der ganzen Schweiz, unter Spina Bifida Vereinigung, dann natürlich alle die Behindertensportverbände. Und mein Ziel ist, dass ich jedes Jahr mehrere Tausend Franken verschenken kann. Und zwar an betroffene Familien, betroffene Jugendlichen. Ich durfte schon schöne Lager organisieren, wirklich Jahr für Jahr. Und das ist immer ein kleines Fest, wenn dann die Kids im Rollstuhl zusammenkommen oder so junge Erwachsene. Und sie lernen, miteinander einen Haushalt zu führen oder sie tun miteinander musizieren oder Theaterspielen oder Malen oder eben vor allem sich bewegen und Sport machen. Weil ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung, auch wenn man in einem Rollstuhl ist, dass man sich einfach fit fühlt für das Leben. Ja. Macht man sich als Mutter auch Vorwürfe? Ja, ich denke, gerade aus dem Metier, in dem ich herausgekommen bin, das sich wirklich wegen dem Sport sehr gesund ernährt hat, war die Frage natürlich schon, warum passiert mir das? Und es gab ja wirklich schon sehr früh Studien, dass Syrien einen Zusammenhang hat mit einem offenen Rücken. und zwar schon nach dem Zweiten Weltkrieg in Rumänien, weil die Frauen einfach gehungert haben, weil es keine Grundnahrungsmittel mehr hatte, weil das Mehl knapp war, wo eben der Weizenkeim drin war. Und darum hat man eigentlich nicht mehr gross herumgestudiert, ja, jetzt ist es einfach das gewesen. Aber im tiefsten Inneren überlegt man sich natürlich schon, was ist denn eigentlich, wenn ein Kind gesund auf die Welt kommt? Ich meine, ein grösseres Glück gibt es gar nicht. Aber erst, wenn es etwas hat oder in einer Familie irgendetwas vorfällt mit einem Handicap oder mit einer Immunschwäche oder was auch immer, dann weiss man erst, wie viel ihnen das passiert. Also immer erst, wenn man betroffen ist, macht man wieder Bekanntschaft mit anderen Betroffenen. Und so ist es mir gegangen. Also ich war nicht mehr so der Ski-Star quasi, sondern ich war auf der gleichen Ebene mit ganz, ganz vielen anderen Betroffenen. Und das hat ihn sehr wertvoll gemacht. Also greifbar war, oder? Es ist sehr menschlich, so Geschweigsall zu erleben. Ja, genau. Wenn Sie an die Stiftung denken, denken Sie, es ist möglich, dass man das ausrottet? Dass man so viel Aufklärung macht, dass die Finnavife wieder einmal nicht mehr unbedingt sein muss? Ausser natürlich, sie ist genetisch bedingt. Da kann man nichts machen. Ja, dadurch, dass wir natürlich nicht die staatliche Anreicherung haben, haben wir auch nicht unbedingt die Statistiken, die z.B. jetzt gerade Amerika frisch herausgegeben hat, dass sie wirklich fast 50 % weniger Spina Bifida hatten. Aber das heisst natürlich jetzt auf die Schweiz runtergerechnet, dass vielleicht nur noch vier im Jahr auf die Welt kommen, sondern nicht mehr acht bis zwölf oder so, je nachdem. Was mich halt ein bisschen mehr irritiert, ist, dass die vielen vorgeburtlichen Untersuchungen natürlich an den Tag bringen, relativ früh. Wenn irgendetwas nicht stimmt mit dem Rückenmark oder auch mit den Genen oder gerade die Trisomie 21-Schichten, kann man relativ früh erkennen. Und dass dann die Eltern vor der Entscheidung stehen, möchten wir das Kind oder abtreiben. Und diese Zahlen werden natürlich wie mitgezählt. Also, wenn ein Kind diagnostiziert wird mit einem offenen Rücken und es wird abgetrieben, dann gehört das immer noch dazu, zu dieser Statistik. Und das finde ich ein bisschen schade, vor allem im Zusammenhang mit unserer Arbeit in der Stiftung, dass wir nicht so hip- und stichfest beweisen können, was das bewirkt. Aber was einfach ist, dass wir auch in der ausgewogenen Ernährung nicht wissen, wie viel natürliche Folsäure dann effektiv zurückbleibt in unserem Organismus. Einer verwertet schneller, der andere hat es halt verarbeitet und gekocht. Und darum empfehlen wir eigentlich auch, gerade bei jungen Menschen, dass sie einfach supplementieren. Und das ist die synthetische Folsäure. Und die ist noch fast besser verträglich als die natürliche Folsäure. Und dass man dann halt zu einem Multivitamin greift oder zu einem B-Komplex, wo dann auch das B12 drin ist, wo ja ganz, ganz viele junge Menschen, die vegan oder vegetarisch leben, eben unbedingt brauchen. Und die Folsäure gehört halt genau auch in diesen Bereichen. Vielleicht zum Schluss noch, jetzt haben wir fast immer über Kinder geredet, aber für Erwachsene und vor allem ältere Leute ist Folsäure auch wichtig. Was empfiehlt die Stiftung? Ja, ich bin froh, dass Sie das jetzt gerade noch antonnen, weil man hat wirklich ein ganz grosses Diskussionsgebiet im Zusammenhang mit dem Lebensvitamin Folsäure. Und Lebensvitamin dürfen wir uns nennen, weil es eben für das ganze Leben wichtiges Vitamin ist. Und zwar fährt das schon ab der Lebensmitte. Dann fährt nämlich unsere Hirnleistung zurückgehen. Und das wollen wir ja eigentlich alle nicht. Also sollte man unbedingt schauen, dass man auch vielleicht supplementiert oder wirklich gut schaut, wo hat es mehr Folsäure drin. Dann kommen die ganzen Demenzenkrankungen, die man noch gar nicht so gross hätte erforschen können, weil man früher einfach schneller gestorben oder nicht so eine grosse Lebenserwartung hatte. Das kommt dazu. Und was man auch weiss im Zusammenhang mit den koronaren Herzenkrankungen, dass man Schlaganfallrisiko wirklich massiv senken kann. Und dann gibt es auch wieder eine Zahl von Amerika, die 67 % weniger Schlaganfälle haben, seitdem das Mehl anreichern. Ich möchte jetzt zwar nicht zu viel auf Amerika eingehen. Es gibt wirklich kleinste Südseeinseln, die das jetzt machen. Aber Europa ist da sehr, sehr zurückhaltend, weil wir natürlich auch den Konsumenten respektieren. Und wir möchten auch, dass der Konsumentenschutz mit uns zufrieden ist. Also Sie beziehen es jetzt quasi auf die Anreicherung von Lebensmitteln mit Folsäure? Ja, vom Mehl. Dass man das nicht einfach so gezwungen machen sollte, sondern dass wir eigentlich, unser Ziel ist ja die Bevölkerung aufklären, dass es sehr viele Produkte zum Kaufen gibt, von unseren Partnern, die unsere Stiftung auch wirklich finanziell halten. und sie dann auch mehr Folsäure eigentlich können sich für die Tagesdosis eigentlich in der Ernährung zuführen. Folsäure ist wichtig. Das haben wir jetzt erfahren dürfen. Und ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.